Leute, ich weiß ja nicht, aber ob das heute schön wird, ist das Wahnsinn. Guckt euch das mal bitte an. Guckt euch das mal bitte an. 10.500 Menschen und ich darf nachher auf der Bühne stehen. So, kleine letzte Story vor dem großen Aufritt. Oh Leute, das sieht aus hier. Das sieht aus. Man kann das auf der Kamera nicht so festhalten. Bitte guckt euch das an. Ich freue mich so sehr. Ich freue mich so sehr. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wirklich. Deswegen, ich mache jetzt Schluss. Ich weiß nicht, in ein paar Minuten muss ich auf der Bühne. Ach, ich freue mich. Leute, ich möchte nicht ins Handy reinschreien. Oder euch nochmal sagen, was ich für eine Gänsehaut gerade habe. Und was für ein Gefühl das hier ist. Aber, ja, es ist unbeschreiblich. Unbeschreiblich. Und ich danke euch wirklich allen von Herzen für diese Wahnsinnsunterstützung. Wahnsinn. Oh. Vielen Dank.